Jetzt ist Togolino-Zeit! Das bin ich! Ja! Und hoch! Und weit! Und hüpp! Jetzt ist Togolino-Zeit! Das bin ich! Hier! Jetzt ist Togolino-Zeit! Das bin ich! Drei Äpfel und dann diesen hier zieht Kalito. Ja, so könnte es klappen. Okay, los geht's! Oh, lecker! Äpfel! Ähm... Los, und jetzt dran ziehen! Muppidu, es hat funktioniert! Ein richtig guter Blumengießautomat! Jetzt ist Togolino-Zeit! Das bin ich! Willkommen zur Bauernhof-Olympiade! Alle bereit? Ja! Los geht's mit Gewicht heben! Pfeift! Der Hund geht an Togolino! Ja! Jetzt kommt der Apfel auf! Pfeift! Oh, oh! Dumm, 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 dumm! Ha! Er ist da! Moment mal! Feststecken gilt aber nicht! Deshalb hat Florina gewonnen! Bravo! Weiter geht's! Wer rutscht am weitesten? Hui! Dumm! Platz da! Ich komme! Yippie! Ui, der punktiert an Kalito! Alle haben einen Punkt! Wir brauchen noch eine Aufgabe! Wer zuerst im Baumhaus ist, gewinnt die Olympiade! Wo ist denn die Leiter? Oh, die hab ja ich! Und Hed? Und wer hat jetzt gewonnen? Na, wir alle! Ja! Na, wir alle! Wir brauchen noch eine Aufgabe! Wie ist denn die Leiter? Na, wir alle! Wir brauchen noch eine Frage!